Argon Balance – Einfach ganz leben Daniel Graf und Katja Seide Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Trotz Situationen entspannt begegnen Das Praxishörbuch für Eltern Gelesen von Tanja Fornaro Ein Hörbuch des Argon Verlags Wenn Sie ein Kind in der Trotzphase haben, erleben Sie im Alltag häufig Situationen, in denen Ihr Kind Ihnen besondere Aufmerksamkeit und schnelles Handeln abverlangt. Vielleicht fragen Sie sich als Eltern abends oft rückblickend, ob sie richtig reagiert haben als Ihr Kind sich weinend auf den Boden geworfen hat und plötzlich gar nichts mehr ging und ob sie den Bedürfnissen Ihres Kindes, aber auch Ihren eigenen, gerecht geworden sind. Dieses Praxishörbuch hilft Ihnen dabei, die alltäglichen Trotz-Situationen Tag für Tag liebevoll und souverän zu begleiten. Die hier versammelten Tipps entlasten Eltern, die ihrem Kind bedürfnis- und beziehungsorientiert begegnen und auf Augenhöhe mit ihm kommunizieren möchten und ermöglichen zudem ein tieferes Verständnis der Autonomiephase. Die Themenbereiche Entspannt reagieren Ihr Kind weigert sich partout, sich morgens anzuziehen? An der Supermarktkasse fließen die Tränen? Die dazu passenden Tipps geben Ihnen konkrete Handlungsimpulse für alltägliche Trotz-Situationen an die Hand. Tag für Tag lernen Sie, Ihr Kind in den wiederkehrenden Situationen souverän und entspannt zu begleiten. Entspannt antworten Ihr Kind wirft mit Schimpfwörtern um sich oder hört Ihnen einfach nicht mehr zu? Die dazu passenden Tipps decken häufige Missverständnisse zwischen Eltern und Kindern auf und zeigen, was das Kind mit scheinbar provozierenden Aussagen eigentlich meint und was Sie antworten sollten, um gut zu kommunizieren. Gut zu wissen Diese Tipps vermitteln wichtiges Grundlagenwissen zu den Themen Kooperation, Provokation, Empathie, Impulskontrolle, kindliche und elterliche Wut, Bedürfnisse und vielen mehr. Kraftsätze Zum Schluss haben wir noch ein paar stärkende Sätze für Sie, die Eltern nie vergessen sollten. Schreiben Sie sie gerne auf und hängen Sie sie gut sichtbar auf oder merken Sie sich die Sätze und sagen Sie sie sich immer wieder vor. Doch bevor es losgeht, möchten wir Ihnen noch etwas Hintergrundwissen in Form eines kleinen Glossars mit an die Hand geben. Aktives Zuhören nach Thomas Gordon Zwischenmenschliche Kommunikation verläuft immer zwischen einer sendenden Person, die etwas durch Worte mitteilt, und einer empfangenen Person, die zuhört und die Worte entschlüsselt. Die gesendeten Worte zu entschlüsseln ist oft nicht ganz einfach, denn die Interpretation des Gesagten ist immer subjektiv geprägt. Aktives Zuhören, auch empathisches Zuhören, beschreibt einen Prozess innerhalb eines Dialoges zwischen zwei Menschen, bei dem der oder die Zuhörerin versucht, das Gesagte des Gegenübers noch einmal wertfrei in eigenen Worten wiederzugeben. Durch das Umformulieren werden bei der sendenden Person Gefühle ausgelöst. Entweder kann sie oder er der Interpretation der oder des Empfangenden zustimmen oder sie ablehnen. Beides löst einen Verstehensprozess aus, und die sendende Person kann ihr Problem und dessen mögliche Lösung oft selbstständig erkennen. Autonomiephase Als Autonomiephase oder Trotzphase wird gemeinhin der Zeitraum zwischen dem ersten und dem fünften Geburtstag bezeichnet, in welchem es bei Kindern vermehrt zu Wutanfällen und Verweigerungen kommt. In diesem Alter entdecken Kinder, dass sie eine eigenständige Person sind, können aber aufgrund des noch fehlenden Meilensteins der Perspektivübernahme nicht begreifen, dass andere Menschen nicht immer dasselbe situationsbezogene Wissen oder dieselben Bedürfnisse und Wünsche haben wie sie selbst. Dadurch kommt es oft zu Missverständnissen zwischen Erwachsenen und Kind. Zusätzlich ist die Autonomiephase der Zeitpunkt, in dem Kinder das erste Mal die ganze Palette ihrer Gefühle kennenlernen. Da ihr emotionales Gehirn in diesem Alter weiterentwickelt ist, und die Leute in der Zeitpunkt, Vielen Dank.